Wer ein Haus in Massivbauweise errichten möchte, der sollte die RHP-Bau GmbH in Eisenerz kontaktieren. Das Unternehmen wurde vor über 10 Jahren gegründet und hat sich auf jegliche Bauarbeiten spezialisiert. Egal ob ein- oder Mehrfamilienhaus, hier sind sie in den besten Händen, wenn es um ihr neues Eigenheim geht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dieses als Niedrigenergie- oder Passivhaus zu erhalten. Allen Bauten ist eines gemein, sie beeindrucken stets durch ihre hohe Qualität. Auf Wunsch können sie hier außerdem den Bau und die Montage von Carports sowie die unterschiedlichsten Betonarbeiten in Auftrag geben. Die Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung im Baugewerbe und erledigen jede Aufgabe mit großem Fachwissen und Fleiß. Beides stellt das Team auch bei den verschiedensten Sanierungen unter Beweis. Die RHP-Bau GmbH findet stets individuelle Lösungen und erledigt jeden Job zuverlässig. Handschlag drauf! www.la.co.ak-we 쌩.co.ak-we main. Dùng Feläuseet